Freunde, Fortnite memes mit Odoman. What the f**k? Game and play wrong answer only. What the f**k? Guck dir das an. Was ist das? So, meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge. Versuche nicht zu lachen mit meinem Lieblingsfreund. Hey Freunde, ich bin heute auch dabei. Hey, halt dein Maul. Okay, Mann. Chapter 4, Fortnite add new sound effects for when you break structures. Tell me what sounds better in the comments. Neues Sound effects. Tschüss, Digger. Brick. Hä? Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Es ist mir auch noch nie aufgefallen, dass das neu ist. Seit Chapter 4, Bro. Ja, mal weiter, mal weiter. Aber achtet mal auf die Animationen, die sind auch anders. Hä? Hä? Ich dachte nicht, Brick oder was? Das ist krank. Bro, das hat wirklich ja noch keiner... Ich schwör. Schreib mal in die Kommentare, wenn ihr es schon mal gesehen habt. Digger, was ist das? Man, I'll glitch on a dirt bike. Das hab ich mit Schmocky gemacht. Das ist krank. Das hab ich mit Schmocky gemacht. Das ist krank. Oh mein Gott. Hä? Hä? Loll. Digger, damit kann man ja übel geil playen. Hä? Unnormal. Oha, ich kann's anschießen. Du fährst den Gegner rein und dann machen wir den, Digger. Das wär krass, Digger. Sag ich dir early. Okay. Hä? Nope. No malls will get bigger as it goes down an icy hill. LOL. Die werden größer. 200 IQ play. Lukas, bist du bereit? 200 IQ play? Oh mein Gott, oh mein Gott. Da war ein Gegner, Mann. Warte, warte, warte. Oha! Oh, der fällt da her. Oh, oh, nee! Let's go, Junge! Okay, welche Grafik ist besser? Chapter 1, Chapter 4? Oh, ich find beides hat was, ne? Beides ist es geil. Eins war so OG. Ach so, es geht für den Auction. Tschüss! Ja, okay, Bro. Nehm, du sagst mein Leben. Ich schwör. Was ist das? Junge! Tschüss. Alter, ich werd grad voll hypnotisiert irgendwie. Bro, Digger, deine Hände verkauft. Okay, er macht danach weiter. Put the hammer down. Da denkst du, verdammt, man, den hab ich. Ja. Ja. Und schon wieder. Und schon wieder. Ja. Hahaha. 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 Is that dope? You and the stink ass hammer to go back to the f***ing lobby. Hahaha. I was gonna glitch. Oh sweet. Crazy glitch. Crazy glitch? Yeah, what the f***? Yeah, what the f***? That's it? Hahaha. Hahaha. Yo. Hahaha. Hahaha. Don't do my glitches in this shit. Quick, kill me now. Hold on. Ich geh raus. Habt ihr V-Bucks bekommen? Ich hab die Glitches in den Schiff! Hä? Hey, yo, chat away, chat mal, chat mal! Es ist fake, bro! Es ist so fake! Oha! Okay, bock dann! Oho! 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 Die wissen nicht Bescheid! Okay? Wahrscheinlich ist irgendwer in dem Haus drin. Ich schwör! Oh, der arme! Und abfahrt! Rein da! Oha! Alle gehen da rein! Die rushen damit jetzt ein Team! Oh mein Gott! Hab's genommen! Let's go! Oh, die Gegner wissen nicht, dass die da drin sind! Oh! Oh! Oha! Surprise, Junge! Wie geil! Krass! Ja, okay! Oh! Der Hack save! Der Hack save gold! Das sah schon dick nach Hack aus, ne? Ja, ja, ja! Der Hack save gold! Wie habt ihr den gesehen? Guckt er grad mit dem Zug? Jaaa! Okay! Lol! Bro! Bro! What? What is that? Schlecht! Oh, it sounds... It's here! Oh my God! Okay! Okay! The river! Yeah! Epic game sent me the brand new Hulk skin early! Look at this! Oh! The river! Oh, it's like that! Andro ways to kill someone! Okay, so... Oh! Oh! und das klappt nicht ja braun das ist so fällig ja ok Hey! Haha! Oh! Boom! Lol! Ja, ist klar! Okay, warte! Er geht hin! Oh mein Gott! Er kann hier abhauen! Oh mein Gott! Er bringt ihn raus! Ja! Weg mit ihm, Digga! Dann könnten sie ihn auch nie wieder leben! Stimmt! Bro, das ist so schlau! Das ist so schlau! Oh, oh, er muss... Oh, oh, oh! Und beide mit! Hahaha! Ja! Was ein 31er! Was ein geiler Move, Digga! Bro, das ist voll der 31er Move, Junge! Hahaha! Was ist das? Yo! Yo! Mike, I need your help, Mike! Mike, I need your help, Mike! Aaaah, Mike! Mike! Where are you, Mike? Mike! Mike, Mike! Mike, Mike! Buh! Höh? Das ist so... LOL! GTA? Geil! LOL! Geil! Du hast es erst gemacht. Letzte Worte, Lukas. Wenn du mich abknallst... Nein! I see what you... What? Nothing. Darf ich sehen? Ich sagte... And he broke it. Nein! Nein, kleiner Mann, mach es nicht! Mach es nicht! Mach es nicht! Drop your game attack. Er haut in den Fernseher rein. Er haut rein, auch. Guck mal, wie die Mama schon guckt. Wenn du das jetzt... Mach es nicht an die... Oh! 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 Er hat draufgehauen. Er hat draufgehauen. This is crazy. Okay, in 2017 war Tfue sehr krass. Oh, tschüss! Äh? Tschüss! Ah! OG Sound? Gibt's auch neue Soundstuff? Ja! LOL! Oh, Digga! Das ist schon ein bisschen her, Bro. Irgendeine OG Season. Junge, der Junge ist einfach minus drei! AHHH! Are you in the mat? Are you in the mat? You just punch yourself with the the fucking ballot? ZIE! AHH! GET ME OUT HERE! Er kommt nach. JOA! Er kommt nach! Wer hat diesen Hammer erfunden? Was ist das? Dieser Hammer ist so ein meme. Oh geil. Ich kann nicht mehr. Okay. Erstens. Erste Kiste. Superchess. Boah, die feier ich so. Full-Shield. Geile Runde. Geile Antwort. Er hat einen Baba-Loot und wird jetzt schon den Hammer wegrüßen. Bitte. Bitte. Superchess. Motorrad-Movement. Er hat alles. Also besser kann die Runde ja gar nicht sein. Ach, lol. Warte mal. Ich spule nochmal kurz zurück, wo der genau war. Ich muss das noch merken. Warte. Da ganz links. Lol. Da wird schon nie gelandet. Oh mein Gott. Ich auch noch nie. Aber anscheinend bekommt man alles. Und ich glaube, wie viel? Drei Superchess waren das, ne? Drei oder vier Superchess. Geht Tfew. Geht Tfew. Schildspray klar. Er überfährt den jetzt. Oder er haut ab. Ne, jetzt noch einer. Oha. Er ist drauf. Hä? Oha. Er baitet. Oh. Oh mein Gott. Hä? Das war strong, Alter. Tfew wieder. Ja. Alter Maul. Mit dem neuen roten Ding. Bro, die Waffe ist zu krass, ne? Oh mein Gott, I'm stuck. I'm stuck. Oh, er hat Ninja-Hubs genommen. I'm stuck. I was slow. I was stuck, my guy. My character was stuck. I couldn't fucking move. I got the hammer glitch. I got the hammer glitch. This game is terrible. It's fucking waffle. GG. GG. What's good? I'm gonna click the game. It makes me not win it. I don't like this game. I don't like this. Oha, Junge. Wie geht das so gut, Junge. Wake up, Junge. Wake up, Junge. Wait, that guy didn't miss a single shot. That's kinda weird. Was it an AI that lasered me like that? Boah, nigga, das war so hard. Oh my God. Squad Master 22. Is it an AI, by the way? AI, 100%. Oh, okay, das ist ein Bot. I mean, look at this. Yo. Aber ich sag's dir ehrlich, die Bots sind doch echt stark immer, ne? Oh, okay. Die besten Grafikeinstellungen. Oh, das sieht krass aus. Yo. Oha, das sieht so viel freundlicher aus. Kniebekranken. Warte, was war das? Irgendwas mit... Nanit Virtualized Geometry. Muss man auf Off machen. Off machen, okay. Okay, muss ich mal abchecken. Oder wahrscheinlich, er meint die ganzen Einstellungen und so. Wahrscheinlich, ja, kann auch gut sein. Du, dann mach ich mal ganz kurz hier ein Foto mit meinem Mobiltelefon. Mit dem Mobiltelefon. Zack, das wird gleich mal übernommen, du, sag ich dir aber. Okay, weiter geht's weiter. Oha. Macher... Oh, goldene! Und er stirbt jetzt. Er stirbt jetzt. Warte? Boah, Bro, die Pump ist es einfach. Die Spaß 12, ne? Ich schwöre, die ist krank. Geilste Pump überhaupt im Fortnite. Hab ich die geliebt früher. Okay, warum flext der jetzt auf die Waffe oder was? Ohaah! Die stellen sich an. Er geht da rein. Wahrscheinlich stirbt er jetzt direkt. Ne? Lol. Hä? Was kommt jetzt? Hahahaha! Oh mein Gott! Er geht zurück? Jetzt? Er kommt nicht wieder da an wahrscheinlich. Hä? Okay. Okay. Okay, ein Klitsch, wenn man unsichtbar wird. Okay. Ja? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Ich weiß! Eine Ahnung, das ist der Weihnachtsmann. Warum weißt du es nicht, Freunde? Hä? Ein Tom? Er singt ja auch kaum. Boah, das muss ich auch sehen. Den haben wir schon wieder sehen. Oh, let's go. Rein da. Oh, Junge. Was ist mit dem? Ey, aber guck mal, genauso stehe ich mir die Spieler vor, die mit dem Hammer spielen. Warum schreit der so? Ey, warum? Boah, die Grafik, die da ist krass, Gross, krass. Ist echt, boah, guck mal, wenn der Tür noch war. Der Sturm. Boah, krass. Boah, ich muss ehrlich sagen, Chapter 4, schon Grafik, also wirklich. Bruder, ganz krank. 10 von 10, safe. Guck mal, wie das brennt. Das ist richtig krank. Krass, guck mal. Digga, das ist wie es so durchscheint, der Mann. Okay? Yo! Was er für ein Laser... Oh, das war die Dinge zwar für... Let's go. Er hittet einmal und danach explodiert die ja noch. Boah. Junge, wo ich die erste Runde mit der Waffe gespielt habe, es war auch so geil. Jetzt einfach die krasse Waffe im Spiel, ich sag dir ehrlich. Diese Ex-Kalibur-Waffe. Er trifft alle damit einfach. Digga, krank. Oha. Was? Das geht. Krank. Okay, Freunde, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es kaputt geht. Du, du kannst da hochgehen, machst das Ding kaputt, keiner kommt hochkommt. Keiner kommt hoch. Ja, stimmt. Nur da, ja, zack, weg damit. Krass. Krass, Juge. Krank. Und tschüss. Sein Mädchen ist weg. Bro, das ist strong. Zack, boom. Einmal und ein zweites Mal. Nach zweimal gehen die, oder dreimal, gehen die kaputt. Nein, niemals. Egal als ob. Oh, mein Gott. Okay, das wird Fortnite aber safer fixen. Er hat die ganze Zeit mit dem Hammer draufgeschlagen, er hätte einfach den Boot kaputt, Mann. Aber ja, Freunde, ich will sagen, das war's für die Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Schaut bei Odoman vorbei, Freunde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Kuss, Dicki. Liebe geht raus. Wir sehen uns morgen aus. Hey, Freunde, was ist gut? Ciao. 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 Vielen Dank.